Julia König Name geändert schüttelt sich. Es ist widerlich, sagt sie. Stimmt. Mehrere allem Anschein nach gebrauchte Urinbeutel, einmal Handschuhe und Katheter zu Behör liegen an der Winner Straße in Höhe des Wasserturms auf der Fahrbahn. In einigen sind Urinreste zu erkennen. Eine feuchte Lache lässt ahnen, dass die Beutel ursprünglich gefüllt waren. Leicht auszumalen, wie und warum sie leer liefen. Autos rollen immer wieder über das Zeug auf der Straße. Es ist nicht das erste Mal, dass Anwohner hier solchen Müll finden. Das geht schon seit Wochen so, berichtet Julia König. Ernst Bongartz, der in einem Haus in Nachbarschaft des Wasserturms wohnt, bestätigt das? Im ganzen Bereich bis runter zum Friedhof hat er schon ähnlichen Müll gesehen. Manchmal landet er auch hinter dem Zaun zum Wasserschutzgebiet. Der Zaun verläuft direkt neben der Straße. Woher kommen die Beutel? An diesem Tag sind die Urinbeutel anscheinend irgendwann morgens auf der Straße gelandet. Ernst Bongartz hat in der Vergangenheit beobachtet, dass Mitarbeiterinnen von Pflegediensten an der Straße halten und eine Zigarettenpause machen. Andere Anwohner wollen wissen, dass in der Nähe ein pflegebedürftiger Mensch wohnt. Doch dass ein Profi die Beutel einfach so wegwirft, will niemand wirklich glauben. Die Art, wie die Plastikhandschuhe immer auf gleiche Weise über die Beutel gestülpt sind, mutet allerdings professionell an. Der Patient, von dem die Urinbeutel stammen, scheint männlich zu sein. Darauf weist die aufgerissene Verpackung eines Katheterschlauchs hin. Die Urinbeutel, Marke Speediketh, Modell 27.414 Maleumme steht darauf. Immer liegen die Urinbeutel auf einer Straßenseite, heißt es, und immer liegen einigen Metern Abstand zwischen den einzelnen Exemplaren. Das sieht aus, als würde sie jemand aus dem fahrenden Auto werfen, sagt eine Anwohnerin. Beutel gehören in Hausmüll. Urinbeutel entleerte Katheterbeutel lassen sich normalerweise im Hausmüll entsorgen. Für die Nachbarn in einem größeren Haus mag es freilich unangenehm sein, so etwas in der Tonne zu sehen. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten der Entsorgung. Wir bekommen spezielle Beutel von der Ennie für Pflegemüll, die werden dann auch von der Ennie abgeholt, berichtet ein Mörser Pflegedienst. Dirk Ruder, Pressesprecher des Britannien Krankenhauses, betont, dass Urinbeutel von Patienten mit Infektionen wie Sondermüll behandelt werden. Ob der Müll auf der Winterstraße mit Keimen belastet ist, ich fass das Zeug jedenfalls nicht an, sagt Julia König. Sie war schon drauf und dran, ein großes Schild zu beschriften und an den Zaun zu hängen, welches Schwein schmeißt hier seine Sachen weg, das hat sie dann aber doch bleiben lassen. Wer den mit unschöner Regelmäßigkeit auf der Straße liegenden Müll entfernt, König vermutet, dass Mitarbeiter der Ennie dies tun. Hier wird mittwochs immer die Straße gereinigt. Ernst Bongatz wartet nur darauf, den Schmutzfinken auf frischer Tat zu ertappen. Dann rufe ich auf jeden Fall die Polizeiquelle rp. Und auf jeden Fall die Schmutzf crappy. Untertitelung des ZDF, 2020